Kannst du mir mehr über dieses Untie erzählen? Kannst du mir mehr über dieses Beest erzählen? Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber vielleicht kann ich mir irgendwie helfen. Oh. Das ist sehr süß von dir, Kind. Aber nein. Das ist viel zu gefährlich für dich. Aber vielleicht, wenn du mir nur nur sagst... Nein, das bedeutet nicht, Kind. Du bist nur wie sie, du weißt? Du bist nur wie meine eigene Frau. Die Kinder sind ein starker Mann. Tja, das ist unser Job. Na dann, äh... Mach mal dein Ding. Na gut. Vielleicht sollten wir einfach mal zum... Es ist eine schlappliche Schmutzung auf dem Zeichen. Ich glaube, es ist eine schlappliche Schmutzung. Oder etwas. Ah, ja. Na gut. Vielleicht sollten wir einfach mal zum... Es ist eine schlappliche Schmutzung auf dem Zeichen. Ich denke, es ist eine Art von... Warnung. Das denke ich auch. Dann wollen wir erstmal zum Räuberhaus. Huch. Da fahrt auch was. Eine Axt. Für die Schmutzung. Schöp, schöp, schöp. Ich liebe das, das nach Hause zu machen. Das... Sieht hier irgendwie schon. Ja, irgendwie schon. Vielleicht können wir die Axt ja mitnehmen. Nein. Das sieht viel zu scharf und gefährlich aus, für mich zu übernehmen. Ja. Na gut. Das Müllfass. Blech. Nein, danke. Ach, du bist viel zu sensibel. Das Haus. Alles klar. Schmerzen oder nicht. Es ist Zeit, dass jemand mit diesem Schmutz gesprochen hat. Ich denke auch. Ah! Who... Who's that? Oh, no. He's not a boy ghost, is it? Geez, were you missing the news, too? Bunch of no good. See? Just a measly little brat. Hey! I'm not a brat. I don't think. What do you want, huh? Whatcha doing out here? Okay, now. My grandpa always told me that stealing is... Wait, wait, wait. Your grandpa? What is this? You even know where you are right now, huh? Do ya? A... House... That you and your friends have, uh... Occupied, and... I'm stopping you there, yeah? You best turn back. Turn back, little girl. This... This is a murderer's house you're trying to enter here. I'm warning you now. You turn and walk away, and that will be the last of it. Now beat it! Hm. Hm. How rude. They think they can just bully everyone to get their own way. Scare them away all the time. Well, not if I can help it. I think two can play at that game. Did I tell you, Skies, the one about the witch boy you drowned in the lake? Ah, it's only all you ever talk about. I don't like that one. Scare me. That's the point, you stupid. There's silly ghosts that hate to scare you. There's no silly story, though. And this is the truth. And you're really happy. There was that old witch school. Right near... Here somewhere. And that lake, all filled with those... Those things. You went in alive and happy boy, but then... And he came out of white and glowing ghosts. Right ghostly eyes. Roman is here trees. We've been through, looking for revenge years. I understand. I understand. That's not true. It's not true. It's not true. It's not true. Ah, the boy drowned. How peculiar, that the girl would have this place revisited. It took some years, but things are now quite entertaining. So... Oh, hello there, young one. Uh... Hello, mister. Say... You don't suppose you could help an old man? Could you? Oh, well... Sure. What can I help you with? Oh... You really are quite unlike... Her? Never mind. That will do. I must be off. For now. I sense the dragon's god won't be down much longer, you see. Till next time, Anna. What... What? What was that all about? And... How did he know my name? Uh... Hello? Weiße Frauen? Is... Is that you? Sayang. Sayang. Oh, hi. I don't want to bother you. I just... I'm looking for... Uh... Something. Closer. Come closer. So young. So hungry. Closer. No, I'm okay where I am, thanks. Endlich mal ne gute Entscheidung. Oh, dear. Uh... Hi... There. Welcome, youngling. Welcome. Come. Closer. Be not afraid, youngling. We will help you. Yes. Help. Come closer. Closer. Yes. You will help me. Yes. Help. With the... Amber... Org. Yes. Come with us. Come. Under the water. Join us. It will all be yours, youngling. Young. So young. So much life. No. Stop. Please stop. What? Who... Who's there? Oh. Hans. Hans. Curse you, Hans. Are you alright? I'm sorry. I don't mean to scare you or anything. No, no, no. No, no, no. Don't be sorry. Hans, you... You saved me. Thank you. Oh, I'm no hero really. These cursed creatures. I fell prey to them, but they won't take any more life as long as I'm here. Oh, no, no, no. You could say I'm a little used to ghosts now. You guys are harmless. Yes, exactly. Oh, it's so nice to finally meet someone who doesn't run into the woods screaming. What could we do? Um... Anna, nice to meet you. Thank you, Anna. Thank you for not running away. Oh, no problem. Do you mind me asking how you... Uh... It's alright, Anna. You can say it. How I became a ghost. It was so long ago. As days upon days upon days go by, I realized that I start to forget. Oh, is there much you do still remember? Yes. I remember the Amber Orb. I came here looking for it. So? I knew it would be dangerous. I knew. But I desperately needed to find it anyway. The Amber Orb. That's what I've come for, too. The Vise of Frauen treasure it. They need it. They'll never part with it. Hmm. It lowers people here, just like you and me. And they come. The treasure hunters, witches, lots of them. They have all failed. They either run away or go into the water forever. Ever. Handiga. That must take an energy forward? Well, it's their ihm support never to白. There must be only a paganus color. Here you go. Hmm. What's my favorite safety there? Oh, ich kriege Hans. Ja, allerdings. Ich habe da so eine grobe Art. Aber ich weiß, dass du das Bedeutung. Ich, ich fühle es. Ich muss jemanden helfen, egal wie hoch die Kosten. Ist es wirklich nichts, was ich tun kann? Das könnte ein langer Schuss sein. Aber die Weiße Frauen, es ist etwas, das sie sich verändern. Ach so? Ja, alles. Was denn? Ich versuche es. Sie singen. A lot. Sie sind anders rund der Musik. Und nicht so lange vor eine Band von Musikern hat durchgebracht. Ah. Ich erinnere mich. Die Weiße Frauen, sie waren überrascht. So silent und reverend. Musik? In Form sind deine Gedanken gerade auch die Idee? Ich kann singen für sie. Nein, nicht Musik von dieser Art. Andere haben wistelt, hummed und singt in diesen Teilen. Und es hat nicht die gleiche. Hm. Es war etwas spezifisches. etwas, etwas, mit Stringen. Ja, eine Geige war möglich. Ich sehe es, aber ich erinnere mich seine Namen. Ich bin sorry, Anna. Hans, du hast so hilfreich. Du hast nichts zu entschuldigen. Na gut. Es gibt also Einzelheiten aus deinem Leben, an die du dich erinnerst? Einzelheiten aus deinem Leben, die du dann noch erinnerst? Ja, ziemlich viel, ich denke. Oh. Wenn Wunderhorn eine magische village war, dann war es eine magische Schule? Warte, ich denke, du bist richtig. Ja, das ist genau was. Die Wolkt School of Magik. Ich erinnere mich. Das Name, Wolkt. Ich höre über diese Schule. Es war der Herr der Nein, warte, die Herr der und ich erinnere mich als allein da. Ich erinnere mich, die Kinder zu spielen, aber immer ohne mich. Aber es gab eine Person, eine Frau. Sie, sie war mein Lieber. Wir waren sehr nah, ich erinnere mich. Aber sie Ihr Name? Ich habe nicht... Sie war die Hauptmeisterin, aber ich... Aber ich... Ich habe nicht... Das ist es. Das ist alles, was ich erinnere. Du hast wirklich gut gemacht, Horns. Du solltest dich stolz sein. Du hast so viel erinnert. Ich habe. Ich wirklich habe. Und es ist alles dank dir, Anna. Du bist sehr willkommen. Ich bin froh, dass ich helfen kann. Ein paar Geister, die ich getroffen habe, waren sowas wie gefangen. Ist das auch das Gleiche für dich? Ich kann nicht sehen, dass ich das Meer verlassen habe. Aber ich meinte nicht. Es ist etwas, was ich hier nicht verlassen will. Du meinst das Amber Orb? Nicht genau. Nein. Es ist ein Freund, glaube ich. Einer, der viel zu mir bedeutet. Ist dich vielleicht im See versunken? All I know is that I meant to help them. And I can't leave until I finish what I started. That's so sweet, Horns. If you can remember them, who knows? Maybe I can help? Na gut. Das ist aber erstmal, glaube ich, hinfällig. Natürlich. Und schön, dich auch zu sehen, Anna. Du weißt, wo du mich findest, wenn du mich wieder brauchen willst. Ich bin ziemlich sicher, das ist Hans. Oder zumindest, das war sein. Vielleicht können wir ihm das Bild zeigen. Ich will nicht wirklich, das Portrait mit nichts zu nutzen. Ich möchte, es zu halten. Hoffentlich, ich kann die Menschen in es finden und sie über Winfriede warnen. Ich sollte etwas anderes versuchen. Dann kommen wir doch mal zum Räuberhaus und verkleiden uns als Gespenst, oder?